So Zink Z1, fangen wir an mit der weißen Kappe oder gelb, das erkennst gerade selber nicht. Haus sehen wir ja gleich. So schön. Nächste. Die ewig lange Standzeit hier. Also gibt es echt super Sachen hier. Nächste Z1. Die war jetzt saufstark. Rote Kappe. Jetzt geht bisschen der Wind stärker. Mit Rotblinker. Silberne Kappe oder Graue kennt man im Dunkeln ganz schlecht. Schwach. Ja, schwach. Okay, gut. Aber die geht glaube ich auch mehr auf Standzeit. Er hat dafür die NM ausgegeben. Komm, flieg doch bitte so. Das war eigentlich eine dumme Idee. Aber. Ja, auch nicht schlecht. So schlecht sind die. Aber ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, dass die einen Tick stärker werden. Und die letzte. Eigentlich gibt es da nochmal eine, aber die muss ich auch reparieren. Die kommt in einem anderen Video. Beziehungsweise wird reingeschnitten. Standzeit ist auf jeden Fall top. Aber ich dachte, die haben ein bisschen Brachialen zu legen. Aber das ist ja eher so ein funkes Milieu. Was ist das? Dave? Der war mit der Unterkarte. Das hat sich nicht nur zu tun. Die Tiere verhindert. Die Tiere verhindern. Die Tiere verhindern. Sie sind hier nicht nur zu sehen. Die Tiere verhindern. Die Tiere verhindern. Die Tiere verhindern. Alle Tiere verhindern. Sie werden das natürlich auch nicht oder zu sehen. ich habe ja noch nie erlebt von Zink schlecht die war gefühlt auch schon mal stärker schau mal hier ist es schon spät, schon spät schau mal 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 schau mal